Hallo liebe Algorithmentrader, in dem heutigen Beitrag schauen wir uns einmal gemeinsam an, wie die Börse tatsächlich funktioniert und warum viele Trader selbst mit dem so hochgelobten Volumentrading nicht weiterkommen. Auf der linken Seite sehen wir die Time and Sales Liste, auf der rechten Seite den Dom. Dazu habe ich euch heute einen sehr interessanten Vergleich erstellt, der euch direkt in das Auge des Tornados führt und damit ein höheres Verständnis für die tatsächliche Ursache der Preisbewegung vermittelt. Am Ende werde ich euch noch einmal meine genaue Vorgehensweise im Handel näher bringen und warum sie so gut funktioniert. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch etwas sehr interessantes zeigen. Seit 1984 führt die World Cup Trading Championships jedes Jahr eine Trader-Weltmeisterschaft durch. Dabei gibt es unterschiedliche Kategorien und gehandelt wird nur mit Echtgeld über einen Zeitraum von einem Jahr. Es dürfte natürlich jedem klar sein, dass eine Durchschnittsrendite von 184% pro Jahr, gerechnet über alle Kategorien, nur mit einer erhöhten Risikobereitschaft erzielt werden kann. Im Bereich der Aktien wurde innerhalb von 11 Jahren eine durchschnittliche Performance von 81% erzielt. Im Bereich Forex 133% und im Future-Markt 339%. Grundsätzlich lag die Future-Rendite immer über der Forex-Rendite, da der Forex-Markt keine Volumendaten zur Verfügung stellt. Im letzten Jahr gab es dann eine kleine Sensation im Bereich der Weltmeisterschaft. Es war das erste Mal in der Geschichte dieser Weltmeisterschaft, dass ein Forex-Trader deutlich mehr Rendite in einem Jahr erzielt hat als ein Future-Trader. Und das kurioserweise trotz fehlender Volumendaten. Aber diese Weltmeister-Rendite im Forex-Markt war kein Einzelfall. Denn auch in den nachfolgenden Plätzen 2 bis 5 konnten die Forex-Trader deutlich höhere Renditen erzielen als ihre Future-Kollegen. Auffällig war, dass die ersten 5 Plätze im Forex-Markt aus Deutschland und Italien kamen. In den letzten Jahren wurden die Renditen im Future-Markt reduziert, wobei der Forex-Markt immer konstant besser wurde. Bislang konnte der Future-Markt seine Vormachtstellung klar verteidigen. Möglicherweise könnte sich das zukünftig verändern. Und da soll noch mal jemand behaupten, dass der Forex-Markt nur ein Markt für Anfänger sei. Natürlich macht eine Schwalbe noch lange keinen Sommer, doch ich glaube, dass jetzt viele erkennen, dass man zukünftig mit den Forex-Tradern rechnen muss. Am Anfang meiner Trader-Karriere dachte ich, dass wenn der Preis im Euro-US-Dollar nach oben läuft, wird der Euro gekauft. Das muss nicht zwangsläufig so sein, da der Preis auch dann steigt, wenn der Dollar verkauft wird. Ebenso dachte ich, wenn der Preis fällt, wird der Dollar gekauft. Allerdings kann der Preis auch fallen, wenn der Euro verkauft wird. Ebenso glaubte ich immer, dass es nur einen Käufer und einen Verkäufer gibt. Doch tatsächlich gibt es sogar zwei unterschiedliche Käufer und Verkäufer. Stellt euch einmal vor, der Preis in eurem Chart wäre ein Aufzug, der sich nach oben oder unten bewegen kann. Allerdings besitzt er zwei unterschiedliche Motoren und zwei unterschiedliche Bremsen. Im Aufzugsschacht B sitzt der erste Motor, der den Aufzug nur nach unten bewegen kann. In der Mitte sehen wir den Aufzug, an dem eine Bremse befestigt ist. Diese Bremse ist nur in der Lage, die Fahrt nach unten abzubremsen. Im Aufzugsschacht A sitzt der zweite Motor, der den Aufzug nur nach oben drücken kann. Am Aufzug ist eine zweite Bremse befestigt, die ausschließlich die Fahrt nach oben abbremsen kann. Bei einer Fahrt nach unten zeigt diese Bremse allerdings keine Wirkung. Wir haben also nun zwei Motoren und zwei Bremsen, die miteinander interagieren müssen. Wie kann das funktionieren? Nun, erstens können nicht beide Motoren gleichzeitig laufen, sondern immer nur nacheinander. Die Bremsen können nur funktionieren, wenn der jeweilige Motor den Aufzug bewegen möchte. Auf Knopfdruck wird die Motorleistung sofort freigesetzt, egal auf welcher Etage sich der Aufzug befindet. Eine mögliche Bremsleistung kann zukünftig für jedes Stockwerk festgelegt und auch storniert werden. Beide Motoren können mit einer Stärke von 0 bis 10 betrieben werden, wobei die 10 theoretisch für eine unendlich große Zahl steht. Ebenso beträgt die Stärke der Bremskraft ebenso 0 bis 10, wobei auch hier die 10 theoretisch für eine unendlich große Zahl steht. Wenn nun eine unendlich große Motorstärke auf eine unendlich große Bremskraft einwirkt, wird sich der Aufzug nicht bewegen. Damit ist die Bremse stärker als die Motorleistung. Der linke Motor sorgt dafür, dass der Aufzug nach unten fährt und der rechte Motor, dass sich der Aufzug nach oben bewegt. Die untere Bremse kann dafür sorgen, dass die Fahrt nach unten abgebremst wird und die obere Bremse, dass sich der Aufzug nicht weiter nach oben bewegen kann. Im Prinzip sorgt der obere Motor und die Bremse dafür, dass sich der Aufzug entweder nach unten bewegt oder nicht weiter nach oben fährt. Die untere Bremse und der Motor sorgen dafür, dass sich der Aufzug entweder nach oben bewegt oder nicht weiter nach unten fährt. Der rote Motor hat eine Stärke von 5 und die grüne Bremse eine Stärke von 3. Was wird passieren? Da die Motorleistung stärker als die Bremsleistung ist, wird der Aufzug nach unten fahren. Der grüne Motor hat eine Stärke von 2 und die rote Bremse eine Stärke von 6. Was passiert nun? Der Aufzug wird sich nicht bewegen, da die Motorleistung schwächer ist als die Bremsleistung. Und jetzt in der Kombination. Wir beginnen zunächst mit dem Aufzugsschacht A. Die Motorstärke schafft es nicht, den Aufzug nach oben zu schieben. Danach beginnt der Motor im Aufzugsschacht B mit seiner Arbeit. Die Motorleistung ist stärker als die Bremsleistung, also wird der Aufzug in diesem Beispiel nach unten fahren. Jetzt addieren wir einmal die Stärke des oberen Motors mit der oberen Bremse. Das gleiche machen wir mit der unteren Bremse und dem Motor. Die Stärke von 11 ist deutlich größer als die Stärke von 5 und genau deswegen wird sich der Aufzug nach unten bewegen. Schaut euch zunächst dieses nächste Beispiel an und versucht herauszufinden, in welche Richtung der Aufzug fährt. Dazu könnt ihr auch gerne das Video kurz anhalten. Im Aufzugsschacht B ist die Bremse stärker, im Aufzugsschacht A schwächer. Deshalb wird der Aufzug nach oben fahren. Hier ein weiteres Beispiel. Was wird als nächstes passieren? Beide Bremsen sind jeweils stärker als die Motorleistung. Deshalb bleibt der Aufzug stehen. Dass sich der Aufzug nach oben oder nach unten bewegt, ist im Prinzip nur eine Wirkung oder das Ergebnis. Die Ursache liegt ganz allein an den beiden Motoren und Bremsen. Das Beispiel mit dem Aufzug ist nichts anderes als der Dom, der in jedem Börsenmarkt für die Preisveränderungen verantwortlich ist. Auch im Forexmarkt gibt es einen solchen Dom, der allerdings den Marktteilnehmern nicht zur Verfügung steht. Der Aufzugsschacht B ist die Bid-Seite. Der rote Motor stellt die Market Sell Orders dar, die in die Bremse der Limit Buy Orders laufen. Der Aufzugsschacht A ist die Ask-Seite. Der grüne Motor stellt die Market Buy Orders dar, die in die Bremse der Limit Sell Orders laufen. Der Aufzug ist also nichts anderes als der Preis. Je nach Höhe des Spreads kann der Aufzug natürlich kleiner oder größer werden. Das erste Währungskürzel in einem Währungspaar bedeutet, dass wenn der Markt nach oben läuft, diese Währung stärker wird. In diesem Fall der Euro. Um mit dem Euro Gewinn zu machen, muss ich am Low den Euro kaufen und ihn am High wieder verkaufen. Je tiefer der Preis läuft, desto mehr wird der Dollar wert. Also muss ich am High den Dollar kaufen und ihn am Low wieder verkaufen. Und jetzt wird es ganz einfach. Mit einer Limit oder Market Buy Order kann man den Euro kaufen oder den Dollar verkaufen. Und jetzt sprechen wir noch einmal über das Kausalitätsgesetz. Die Ursache der Preisbewegung liegt ausschließlich in den Market und Limit Orders. Das Ergebnis ist im Prinzip die Preisbewegung. Jetzt werden auch viele von euch verstehen, warum mir der Preis völlig egal ist. Um so tief wie möglich in den Markt vorzudringen, muss man immer an die Ursache und nicht an die Wirkung. Übrigens, bei dem so hochgelobten Volumentrading werden die Market Sell und Market Buy Orders nur addiert. Das ist aber absoluter Nonsens, da die beiden Orderarten im Markt niemals aufeinandertreffen und im Prinzip in unterschiedlichen Fahrstuhlschächten agieren. Wie kann man mathematisch gesehen etwas addieren, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat? Ganz anders sieht es dagegen auf der bärischen Seite aus, wenn ich die Stärke der Market und Limit Sell Orders miteinander addiere und das gleiche nochmal auf der bullischen Seite durchführe. Damit bekomme ich deutlich effizientere Informationen, die mir langfristig weiterhelfen können. Dort, wo die Ursache der Preisbewegung beginnt, befindet sich das Auge des Tornados. Wie wir wissen, arbeiten die Big Player mit unterschiedlichen Strategien und einigen hunderttausend Lot am Tag. Um ihre Vorgehensweise so effizient wie möglich zu gestalten, müssen sie ihre einzelnen Strategien genau aufeinander abstimmen. Und dafür gibt es Algorithmen, die die Durchführung in den einzelnen Orderarten beschleunigen oder vereinfachen. Quants sind die mathematischen Zauberer und Computerprogrammierer im Maschinenraum unseres globalen Finanzsystems, die die Finanzprodukte entworfen haben und die Wall Street fast zum Absturz brachten. Die Kreditkrise hat gezeigt, wie das globale Finanzsystem zunehmend abhängig von mathematischen Modellen geworden ist, die versuchen, menschliches und wirtschaftliches Verhalten zu quantifizieren. Ein Algorithmus ist nichts anderes als ein klar strukturierter Programmablauf, der die einzelnen Orderarten gleich schaltet, ähnlich wie eine strukturierte Armee. Wenn ein strukturiertes System einmal programmiert wurde, wird es natürlich erst einmal sehr aufwändig getestet, bis es zum Einsatz kommt. Wenn es dann eingesetzt wird, sind die strukturierten Abläufe immer gleich. Wir wissen, dass es weder im Volumen noch im Preis oder im Dom Muster gibt. Doch es gibt klare Muster in den Algorithmen, weil ihre Abläufe immer wieder gleich sind. Und aus diesem Grund dreht sich im Algorithmen Trading alles nur um diese vier Orderarten. Doch wie könnte man überhaupt eine Stärke kalkulieren? In der Time-and-Sales-Liste zum Beispiel wäre man ja nur in der Lage, die Stärke der Market Orders zu definieren. Das ist aber nicht einfach, da man die einzelnen Orderarten vorher entsprechend filtern muss, um die entscheidenden Big Player zu identifizieren. Erst danach kann man beginnen, die einzelnen Kriterien für die individuelle Stärke festzulegen und aufeinander abzustimmen. Auf meinen fünf Bildschirmen sieht es aus wie in einem Flugzeugcockpit. Doch ich muss nicht alles gleichzeitig im Blick haben, denn für den Start braucht man andere Instrumente als für die Landung. Lasst uns dazu einmal ein Beispiel anschauen, wie ich genau im Handel vorgehe. Dabei gibt es vier unterschiedliche Phasen. Beginnen wir mit der Analyse. Zunächst einmal ist meine entwickelte Bionic Kerze in Kombination mit speziell gefilterten Limit Orders dafür verantwortlich, mögliche Umkehrpunkte zu analysieren. Das ist immer davon abhängig, welche Strategie die Big Player gerade verfolgen. Dabei werden immer wieder dieselben Sammelzonen angelaufen, die mithilfe der Eisberg Orders typische Liquiditätslücken bilden, die nur in speziellen Zeit- und Volumenunabhängigen Charts sichtbar gemacht werden können. Für den Einstieg muss ich in das Auge des Tornados. Dazu sollte die Stärke der Limit Orders mit der Stärke der Market Orders abgeglichen werden. Zusätzlich muss ich mit einer speziellen Programmierung das Pulling und Stacking beobachten. Die Algorithmen sorgen dafür, dass die Big Player abrupt den Markt aufhalten. Das ist für mich der optimale Einstieg. Sobald ich im Trade bin, beobachte ich das Verhalten der Retail Trader sowie die Sammelzonen der Big Player. Entscheidend ist die Volatilität, die durch die Stärke der Limit und Market Orders bestimmt wird. Hier entsteht interessanterweise eine Divergenz zwischen Volumen und Liquidität. Mein Ausstieg wird in erster Linie durch den PIP-Wert pro Minute und das CAV bestimmt. Ebenso beobachte ich meine Bionic Zone und das Ziel der Big Player. Sobald die Algorithmen auf die Bremse treten, kommt meine Intuition und Erfahrung zum Tragen. Ich versuche im Trading nicht ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern orientiere mich an der aktuellen Situation. Deshalb passiert es oft, dass ich bereits vor meinem eigentlichen Ziel aussteige oder dieses Ziel sogar übertreffe. Das Auge des Tornados, über das wir heute gesprochen haben, ist für mich in erster Linie entscheidend, um einen optimalen Einstieg in einen Trade zu bekommen. Wichtig hierbei ist es zu verstehen, dass ein Trader sich ausschließlich auf die Ursache der Preisbewegung konzentrieren sollte und nicht auf das Volumen, den Preis oder sogar unsinnige Indikatoren. Die Algorithmen sind dafür verantwortlich, dass die Märkte heute nicht mehr so funktionieren wie früher. Und wir werden sehen, dass es zukünftig noch schwerer wird, langfristig profitabel zu handeln. Aus diesem Grund kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, sich mit den Big Player Algorithmen zu beschäftigen. In einigen Jahren werden die Algorithmen die Märkte dominieren. Wer sich dann bereits damit auskennt, hat aus meiner Sicht sehr gute Zukunftsperspektiven. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, viel Erfolg nächste Woche im Handel und ich freue mich, euch bald wieder hier zu sehen. Ganz liebe Grüße, Michael.